So, hallo, willkommen auf dem Kanal von Madre Immobilien. Ich bin Jörg, ich bin für euch heute in Bamberg an der alten Spinnerei 11 bis 17 und darf euch heute eine vollmöblierte Einzimmerwohnung mit 30 Quadratmeter präsentieren. Die Wohnung ist ideal für Studenten, man ist direkt an der Uni, Wochenendheimfahrer ist ebenfalls interessant. Also die Wohnung bietet dabei das Spektrum, voll eingerichtet, man braucht eigentlich nur noch das Geschirr aus hygienischen Gründen mitbringen. Schaut euch den Rundgang der Wohnung an, der kommt gleich. Ich freue mich, bis gleich. So, wir stehen jetzt hier im fünften Obergeschoss vor den Aufzügen und dann gehen wir mal jetzt in die Wohnung rein. Jetzt sind wir hier schon mal im Flur. Ein paar Schritte nach hinten. So, einmal rechts rum und dann stehen wir hier schon vor der Wohnung. Jetzt zeige ich euch nochmal von der anderen Seite in den Flur. So, nochmal hier rum. Dann gehen wir jetzt mal in die vollmöblierte Einzimmerwohnung rein. Einmal rechts haben wir gleich einmal das Badezimmer. Toilette, Waschbecken ist ja alles selbstverständlich. Hier hinten haben wir dann die Dusche. Schöne große Dusche. Gehen wir wieder raus. Da sind wir in dem kleinen Flur. Dann gehen wir mal ins Zimmer rein. Wir können da schon ein bisschen was erkennen. Hier haben wir die Single Einbau Küche. Kühlschrank ist mit dabei. Gefrierfach ist natürlich auch mit da. Zwei Herdplatten, Spüle, Oberschränke, Dunstabzugshaube. Dann haben wir hier nochmal eine kleine diele Flur. Von der anderen Seite, das ist ja die Hauseingangstüre, Wohnungseingangstüre besser gesagt. Hier haben wir eine kleine Sitzmöglichkeit. Kann man frühstücken, essen. Unten ist noch ein Abfalleimer. So zwei Sitzmöglichkeiten. Hier haben wir dann das Bett oder das Sofa. Kann man als Bett genauso nutzen. Oben zwei Dachfenster. Rechts hinten in der Ecke ist der Stab, um die Fenster zu öffnen. Drehen wir uns hier mal. Haben wir hier einen Schreibtisch. Kann man gut lernen. Hier die ganzen Anschlüsse. Internet, alles ist ja selbstverständlich. Ist ja alles hier. Haben wir hier ein klein Sideboard. Hier dann ein Kleiderschrank. Und hier dann nochmal von der anderen Seite in der Totalen die Wohnung. So, jetzt nochmal zu den Fakten von dieser voll möblierten Einzimmerwohnung in Bamberg an der alten Spinnerei 11 bis 17. Wir sind hier im fünften Obergeschoss. Wir haben zwei Aufzüge. Treppenhaus ist selbstverständlich. Die Wohnung hat insgesamt 30 Quadratmeter Wohnfläche. Wir haben ein Duschbad. Schöne große Dusche. Toilette. Waschbecken ist natürlich selbstverständlich. Die Wohnung ist, wie schon erwähnt, voll möbliert. Man braucht eigentlich nur noch aus hygienischen Gründen sein eigenes Beschick oder Geschirr mitbringen. Alles andere wäre da und man kann wohnen. Man ist direkt an der Uni. Also besser geht es eigentlich nicht von der Wohnlage. Die Wohnung ist ideal für Studenten, Wochenendeinfahrer. Also wirklich ein breites Spektrum. Wenn euch die Wohnung interessiert, schaut mal auf unserer Homepage. Die Verlinkung ist unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr dann auch das Exposé zur Wohnung. Da könnt ihr dann auch für die Wohnung anfragen. Schlüssel haben wir. Besichtigungen sind nach Absprache jederzeit möglich. Schnell sein lohnt sich bei solchen Wohnungen immer. Gerade aufgrund der Infrastruktur, wie die Wohnung liegt, ist hier immer erhöhte Nachfrage. Also schaut es euch an. Ich kann die Wohnung euch nur wärmsten empfehlen. Wir haben ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr keine neuen Angebote mehr von uns verpassen möchtet, dann einfach den Kanal kostenlos abonnieren. Und ihr seid immer einer der Ersten, die über unsere neuen Immobilien informiert werden. Bis dahin. Gute Zeit. Ciao.